Jede und jeder Dritte, der oder die eigentlich gerne eine Immobilie kaufen würde, hat im vergangenen Jahr alle Pläne wieder in die Schublade gelegt und den Kauf aufgeschoben. Denn mehr als die Hälfte sagt, hohe Preise und hohe Zinsen gleichzeitig, das geht auf gar keinen Fall. Viele andere, die trotzdem in Eigentum gezogen sind, haben deswegen jetzt teils enorm hohe Schulden. Die Preise sind inzwischen zwar ein bisschen gesunken, allerdings nur wenig. Und die Rate aus Zins und Tilgung, die die Leute zahlen müssen, erreicht oft 40 oder sogar 50 Prozent des Haushaltseinkommens. Um das irgendwie finanziert zu bekommen, verzichten viele deshalb jetzt auf immer mehr Tilgung am Anfang. Die Rückzahlungsquoten sinken also. Damit steigt das Risiko, dass man ewig lang die Hypothek abstottert. Und darum geht es in dieser Folge. Wie verhalten sich die Kreditnehmer zurzeit? Wie teuer kann es werden, wenn man die Rückzahlung weit in die Zukunft hinausschiebt? Ja, und wie kann man damit umgehen? Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Céline Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabritius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Michael, lass uns über die Schufa sprechen. Die genießt ja keinen so guten Ruf hierzulande, weil sie gemeinhin dafür bekannt ist, als Wirtschaftsauskunft-Tai irgendwie alles zu wissen, im Blick zu haben, genau zu wissen, wann du was gezahlt hast oder auch nicht. Und eben auch, was du mit deinen Kreditkarten und deinem Kontodispo so anstellst. Ja, ich glaube, über die Schufa könnte man eine ganze Serie von Podcasts noch machen. Die ist bekannt, aber man weiß oft gar nicht so richtig, was sie tut. Auf jeden Fall aber gehört sie zu einem der mächtigsten Datenbesitzer Deutschlands überhaupt. Das scheint wiederum viele gar nicht so zu stören, finde ich manchmal echt überraschend. Vor allem, wenn es so um digitale Technik geht und Daten im Internet und so weiter. Viele Leute regen sich auf über Werbeanzeigen bei Google, aber die Schufa ist ja weitaus datenreicher, würde ich sagen. Ja, die fristet ihr Dasein ja auch eher im Verborgenen. Also ich glaube, wenn man sie überhaupt so aktiv wahrnimmt, dann im Worst Case. Also wenn man bei der Bank sitzt und vergeblich nach einem Ratenkredit fragt zum Beispiel, weil man schlecht eingestuft ist oder manchmal auch, wenn Selbstständige keinen Handyvertrag mehr bekommen aus dem gleichen Grund, dann ist es jeweils gut möglich, dass die Schufa dahinter steckt. Genau, oder beim Non-Mietvertrag. Das ist auch mittlerweile Standard. Also Schufa und Schulden, also man merkt schon, worauf das Ganze jetzt hier heute hinausläuft. Aber ich muss mir jetzt leider noch einen kleinen Exkurs eben erlauben am Anfang, was diese Datengeschichte angeht. Ja, weil in der letzten Folge von Zwei-Zimmer-Küche-Bad haben wir über Smart-Mieter gesprochen, die neuen digitalen Stromzähler und darüber, dass diese Dinger die Stromverbrauchsdaten über ein Gateway irgendwo hinsenden, an den Grundversorger vor Ort oder neue Dienstleister, die so Tarife anbieten. Und da fanden wir ganz interessant, dass jede Menge Reaktionen gekommen sind, vor allem im Kommentarbereich der Welt, also auf einem Artikel, den wir da hatten. Ich fand das ziemlich überraschend, weil viele User haben sich total darüber geärgert, dass ihr Stromverbrauch digital erfasst werden könnte. Da war wieder dieses Big-Brother-Moment. Ja, und ich meine, es muss eh einmal im Jahr abgerechnet werden. Jetzt wird halt irgendwie häufiger abgerechnet. Man sieht also mehr und regelmäßig irgendwas. Aber die Leute sind anscheinend sehr sensibel, was das angeht, im Gegensatz zu zentralen Bank- und Finanzdaten, die wirklich richtig ernsthaft das Leben beeinträchtigen können. Das kann ja Existenzen ruinieren, wenn ich keinen Handyvertrag bekomme oder vielleicht sogar einen Kredit nicht bekomme. Ja, zumal ja nicht nur das Spar- und Zahlungsverhalten erfasst wird von der Schufa, sondern eben vor allem auch, wie verhalten sich Menschen, die Schulden haben, die einen Kredit aufgenommen haben und jetzt abstottern. Und warum wir die ganze Zeit über die Schufa reden, es liegt daran, weil die regelmäßig eine Verbraucherumfrage machen. Und bei einer der letzten Umfragen kam heraus, 32 Prozent, also ein Drittel derjenigen, die einen Immobilienkredit haben und abstottern, haben Angst, das nicht mehr zu packen. Diese Umfrage ist zwar nicht ganz frisch, sondern ein gutes halbes Jahr alt ungefähr von Ende 2023. Aber die Entwicklung ist interessant, denn nur ein halbes Jahr davor waren es noch 28 Prozent. Also die Zahl derer, die da irgendwelche Ängste mit sich rumschleppen, ist gestiegen. Ich würde jetzt auch mal behaupten, auch wenn es jetzt keine Aktualisierung der Umfrage gibt, das ist ungefähr so geblieben bei einem Drittel, die Angst haben. Und jetzt kommt das Neue noch dazu. Die Gefahr nämlich, dass viele Kreditnehmer tatsächlich ihre Schulden gar nicht oder nur schwer zurückzahlen können, die steigt eher noch. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ausgangspunkt dieser Folge. Ein etwas längeres Intro. Aber es geht halt um diese Immobilienkredite und um die Wahrscheinlichkeit, die zurückzahlen zu können. Weil im Moment ist es nämlich so, die Leute, die jetzt gerade aktuell im Sommerhalbjahr einen Kredit abschließen, verzichten am Anfang auf relativ viel Tilgung, damit sie sich nämlich die Monatsrate noch leisten können. Also kurz erklärt, die Monatsrate für einen Kredit besteht natürlich aus Zins und Tilgung. Jetzt sind die Zinsen gestiegen und die Preise sind auch immer noch hoch, die Kaufpreise. Und das steckt sich folgendermaßen nieder. Ein Beispiel. Also für ein 400.000 Euro Darlehen zahlt man zur Zeit, wenn man okay ist von der Bonität her, von der Schufa-Bonität, um die 3,7 Prozent Zinsen. Und wer jetzt anfänglich mit 3 Prozent Tilgung startet, zahlt also im Jahr 6,7 Prozent des Kaufpreises. Und im Monat ist es dann eine Rate von 2.333 Euro. Das ist jetzt für Normalverdiener oder vielleicht unterdurchschnittlich Verdienenden relativ viel. So, was die nun machen, die reduzieren diese anfängliche Tilgung. Und der Tilgungssatz, und das ist jetzt der Punkt, hat im Juli ein 13-Jahres-Tief erreicht, nämlich rund 1,7 Prozent. Dieses Datum oder dieser Wert stammt übrigens von Dr. Klein. Das ist ein Finanzierungsvermittler, ist jetzt nur ein Anbieter, aber relativ groß. Also die haben mehrere hundert Beratungsbüros deutschlandsweit. Also der Wert, glaube ich, ist schon ganz okay. Okay, aber wenn ich das jetzt weiterdenke, bedeutet das, man leistet sich also die Immobilie, das Häuschen, die Eigentumswohnung und hohe Schulden. Aber man verzichtet erstmal auf eine einigermaßen schnelle Rückzahlung. Also empfohlen wird ja meistens eine anfängliche Tilgung von wenigstens 2 Prozent, besser noch 3. Da liege ich natürlich mit 1,7 Prozent runter, klar. Allerdings frage ich mich auch, ob das jetzt tatsächlich so schlimm ist. Schließlich hat man ja auch was davon, nämlich die eigene Hütte. Und man hat vielleicht im Monat weniger das Gefühl, dass einem das Wasser bis zum Hals steht, so finanziell gesehen. Ja klar, also das ist jetzt was anderes. Wenn man so an die Immobilie rangeht, mit Schaffer, Schaffler, Häusle baue und schön Schulden abstottere und so. Das ist jetzt nicht das, was die Profis machen. Die gehen strategisch an die Sache ran. Und eben diejenigen der Profis unter unseren Hörern werden jetzt wahrscheinlich auch denken, Alter, die Verschuldung ist ja erstmal egal. Hauptsache der Wert des Investments ist okay und der Cashflow stimmt. Also die Einnahmen im Verhältnis zu den Kosten. Aber hier nochmal, hier geht es um den klassischen Häuslebauer oder Häuslekäufer, der selbst seine Immobilie konsumiert. Und da muss man halt anders rechnen. So und da will man schon irgendwann schuldenfrei sein. Spätestens bis zur Rente wäre das ja ganz vorteilhaft. Und bei 1,7 Prozent Tilgung klappt das nicht so gut. Also jedenfalls nicht, wenn diese Rückzahlungsquote nicht irgendwann steigt. Oder wenn man nicht erbt und zwischendurch mal ein paar hunderttausend Euro in den Kredit reincashen kann. Also der Bank mal fix was überweisen kann nach einem Ende einer Zinsbindungsfrist. Also ich habe das mal ausgerechnet. Jetzt für eine Tilgung von 1,5 Prozent anfänglich. Wer damit also den besagten 400.000 Euro Kredit zurückzahlen will, braucht für die vollständige Zurückzahlung fast 34 Jahre. Hm, schön. Wenn ich also mit meinen 35-Jährchen jetzt anfangen würde, Immobilien zu kaufen, dann könnte ich so gegen 70 schuldenfrei sein, das Ding abbezahlt haben. Wenn alles gleich bleibt. Gut, ich meine, man kann natürlich auch mit 69 noch weiterarbeiten. Wir als Journalisten. Wir haben ja Bürojobs, ja, anders als Sachdecker. Natürlich können wir auch noch mit 70 und 80 Texte schreiben, aber okay. Jedenfalls rein rechnerisch stimmt das. Und ja, übrigens mit 69, wenn man dann nochmal finanzieren will. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir reden nochmal, wir machen vielleicht nochmal eine Folge Immobilienkredite für Senioren. Fällt mir dabei ein, ist gar nicht so übel. Man muss noch eine andere Sache sagen. Wir extrapolieren jetzt hier den heutigen Zustand. Also heutige Löhne und Gehälter und die heutigen Zinsen und Tilgungen. Auf einer Strecke von 34 Jahren kann natürlich einiges passieren. Da gibt es Lohn- und Gehaltsanstiege und Inflation und so weiter. Da ändert sich schon was. Aber trotzdem, um das nochmal zu vergleichen, diese 34 Jahre, die wir jetzt gerade hatten. Wenn man stattdessen mit 3% tilgt am Anfang, braucht man nur 22 Jahre für die Rückzahlung. Also 34 Jahre gegen 22. Und ich weiß schon, manche unserer aufmerksamen Zuhörer kommen jetzt wahrscheinlich darauf, auf den Annuitäteneffekt hinzuweisen. Den hatten wir auch schon mal bei Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Ja, ich glaube, das war unser How-To-Immobilienkauf. Da hatten wir das, glaube ich, schon mal vorgerechnet. Also gemeint ist, dass ein hoher Zins eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil im Laufe der Zeit, in der ich abbezahle, der Zins dann durch eine immer höhere Tilgung ersetzt wird. Ganz genau. Aber jetzt muss ich leider sagen, es bringt trotzdem nichts, der Annuitäteneffekt, wenn man einfach so niedrig einsteigt, wie wir das hier skizzieren. Nochmal zu dem Beispiel von eben, also 400.000 Euro Kredit. Und anfänglich, ich mache jetzt nicht 1,7, sondern 1,5%, um das noch ein bisschen krasser zu machen. Also anfänglich 1,5% Tilgung. Dann zahlt man nicht nur 34 Jahre an der Hypothek herum, sondern hat auch Zinskosten im gesamten Zeitraum von fast 300.000 Euro. Und im zweiten Fall, also der gute und brave Tilger, der mit 3% Tilgung zahlt nur 183.000 Euro an die Bankzinsen. Das ist schon krass, weil wenn man sich das vor Augen führt, heißt das, dass ich im Monat so ganz gut über die Runden komme, aber insgesamt halt einfach mal fast 120.000 Euro mehr zahlen muss. Und übrigens da auch der Vollständigkeit halber, die erste, ich sage jetzt mal, Familie mit der hohen Tilgung, mit den 3% zahlte die 2.333. Wenn ich mir das spare, wenn ich runtergehe, dann bin ich bei 1.700 oder so. Hört sich schon netter an, ne? Aber wie wir sehen, es wird halt alles echt länger und irgendwie auch teurer vor allem. Ja, und vor allem macht man sich, glaube ich, diesen Effekt auch gar nicht so bewusst. Es kann sich lohnen, die Zinsen einfach alle mal zusammen zu zählen und zu schauen, was kommt da unterm Strich raus. Das ist jetzt natürlich sehr viel Zahlen-Dropping, was wir hier betreiben in dieser Folge. Aber man darf nicht vergessen, hinter diesen Zahlen stecken ja auch Schicksale, wenn man so will. Denn wer lange auf Schulden sitzen bleibt und irgendwann das Gefühl hat, überhaupt nicht mehr weiterzukommen und ewig abzubezahlen, der hat ja unter Umständen wirklich Probleme damit. Also das macht ja etwas mit einem, um mal diese schöne Formulierung zu verwenden, wenn man so lange Zeit verschuldet ist. Ich hatte mich da tatsächlich mal länger mit einer ökonomischen Anthropologin von der Universität Innsbruck drüber unterhalten. Die heißt Silke Mayer und die forscht über Geld und soziale Beziehungen und hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Verschuldete Selbst. Klingt unschön erstmal. Ja, ist aber tatsächlich sehr interessant, weil sie sagt, wenn man erstmal in so einer prekären finanziellen Lage steckt, dann dreht sich der Alltag quasi um nichts anderes mehr. Also man muss dazu sagen, sie hat jetzt sich auch Insolvenzen angeguckt, Privatinsolvenzen. Das ist dann der krasseste Fall. Soweit kommt es hoffentlich nicht. Das ist schon, wenn es eskaliert ist, also wenn wirklich jetzt die Hütte in Flammen steht. Aber was ich trotzdem glaube, was übertragbar ist, eben dieser, dass die Gedanken nur noch um das Abbezahlen und die Schulden kreisen und dass es auch prägen kann, wie man sein Leben lebt, wie viel man sich gönnt, aber auch wie man sich selbst wahrnimmt und wie man von anderen wahrgenommen wird. Ja, also was leiste ich mir? Wie bewege ich mich in der Gesellschaft? Und das bringt manche Leute echt in eine schwierige Lage, denn einerseits will man ja als verschuldeter Mensch jetzt auch nicht einfach gar nichts mehr machen, sondern sich auch noch ein bisschen was leisten können, auch um nicht das Gefühl zu haben, dass man in einer Falle steckt. Aber andererseits gibt es eben auch sehr hohe moralische Erwartungen, wie man sich mit Schulden richtig zu verhalten hat. Ja, also man soll ganz sparsam sein, verzichten und fleißig versuchen, diesen Schuldenberg abzutragen. Und das setzt natürlich zusätzlich zu dem eigentlichen finanziellen Engpass nochmal sehr viel Druck obendrauf. Hat sie auch untersucht, in welchen deutschen Regionen dieser Rückzahldruck besonders hoch. Das wäre jetzt vielleicht nochmal ein neues Thema auch. Ich habe da einen Verdacht, aber den formulieren wir jetzt nicht aus, sonst fühlt sich das immer. Nein, aber ich glaube, aufmerksame Hörer werden das von dir wissen. Du meintest das ja auch mal, als ihr euch eure Immobilie geleistet habt. Ihr wolltet jetzt ja auch noch ein bisschen Spaß im Leben haben. Also man sollte natürlich jetzt nicht einfach nur komplett nur noch für die Abzahlung der Immobilie leben. Ja, und noch aufmerksamere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht mitbekommen, dass ich eher im Rheinland sozialisiert bin. Das könnte ein Zusammenhang sein. Ja, der Katholizismus hat da seine Spuren. Aber anderes Thema. Ich habe noch eine Sache, noch eine Zahl, um das so mit den Schulden nochmal, was jetzt gerade passiert hier, weiter auszukleiden. Also wir waren jetzt schon dabei, dass die Immobilienkredite langsamer zurückgezahlt werden, aber auch die Schuldenquote insgesamt ist höher als früher. Immer so der Klassiker vor Jahren war immer, wenn ich also finanzieren will und stabil sein will und einen guten Zins haben will von der Bank, dann muss ich 20 Prozent der Kaufsumme als Einkapital mit ins Darlehen einbringen. Und das war vor fünf, sechs, sieben Jahren auch noch so. Das zeigen die Statistiken von den Finanzierungsvermittlern. Auch Interhyp übrigens, eine andere Vermittler aus München. Heute sind das nicht mehr 20 Prozent, sondern nur noch 14 Prozent. Und die Tendenz sinkt weiter. Ja, daran sieht man, die Schuldenquote ist von Anfang an hoch. Und jetzt müssen wir mal eine Sache kurz sagen. Es geht hier jetzt ja nicht darum, irgendwie Panik zu machen. Eine Immobilienfinanzierung kann ja trotzdem klappen. Und Eigenheim denn irgendwann haben, ist ja was Schönes. Und vor allem besteht hier jetzt auch nicht die Gefahr einer Kreditkrise oder so was oder Finanzkrise wie 2008. Nur deshalb, weil die Leute jetzt ordentlich in den Miesen stecken eine ganze Weile. Damals nämlich, das ist der große Unterschied, in den USA sind viele private Haushalte vor allem deshalb pleite gegangen, weil die halt ihre Immobilien nochmal doppelt und dreifach mit Darlehen, mit Hypotheken belegt haben, weil die Preise gestiegen sind. Und man hat sich einfach darauf verlassen, dass der Preisanstieg bestehen bleibt. Das war dann in Europa, in Spanien auch so. Und das hat ja nicht geklappt. Das hat viele private Haushalte dann, als die Preise zusammengefallen sind, echt fast ruiniert. Das ist in Deutschland, das würde jetzt hier immer noch nicht klappen, weil die Kreditvergabepraxis immer noch konservativ und relativ streng ist. Da gucken die Banken schon genau hin. Ja, wobei Silke Meier sagt, dass auch hierzulande die Bonität im Bankgeschäft eben nicht nur vom Kontostand abgelesen wird, sondern das ist eine Praxis und die hat eben immer auch eine soziale Dimension. Also in ihren Worten, ob eine Person kreditwürdig erscheint, hat manchmal erstaunlich wenig damit zu tun, wie viel Geld sie hat. Fand ich ganz interessant. Du meinst, man sollte besser auch gut angezogen zur Bank gehen? Ich würde empfehlen, genau. Friseurtermin kann nicht schaden, ein sauberes Hemd oder eine saubere Bluse. Also ja, offenbar ist es immer noch so. Also ein vertrauenswürdiger Auftritt kann da anscheinend auch viel bewirken. Auch das wissen unsere Hörerinnen und Hörer. Ich finde ja als Sozialanthropologin das immer sehr interessant, weil es eben nicht nur um die nackten Zahlen geht. Das betrifft auch übrigens das ganze Thema Schulden an sich. Also du hast ja gerade von anderen Ländern gesprochen und die haben ja teilweise wirklich nochmal eine völlig andere Perspektive auf das Thema als wir hier. Also in den USA ist es ja völlig normal, dass du fünfstellige Beträge abstottern musst, wenn du mal fertig studiert hast, einfach weil die Unis dort so unfassbar teuer sind und es eigentlich nicht möglich ist, eine gute Ausbildung zu bekommen, ohne dich erstmal zu verschulden. Und auch ist es dort wohl sehr viel normaler, dass man erstmal hohe Kredite aufnimmt, wenn man sich etwas aufbauen will. Das ist hier anders und das zeigt, dass die Art und Weise, wie Menschen Schulden bewerten, auch sehr stark kulturell abhängig ist. Und hier, sagt Silke Meier, wird sehr viel moralisiert und, wenn man sie fragt, auch viel stigmatisiert. Ja, also hohe Schulden zu haben, ist nicht automatisch schlecht, würde ich jetzt mal daraus Schlussfolgern. Und langsames Zurückzahlen dieser Schulden auch nicht unbedingt. Wichtig ist nur, dass das auch die Leute von der Schufa irgendwann so sehen. Viele Kreditnehmer finanzieren ihren Immobilienkauf immer knapper, zahlen einen höheren Anteil des Kaufpreises mit Fremdkapital und starten auch noch mit einer sehr geringen anfänglichen Tilgung. Das verschiebt nicht nur den Zeitpunkt der Schuldenfreiheit in die Zukunft, sondern vergrößert auch massiv die Zinskosten. Darüber sollte man sich einfach rechtzeitig im Klaren sein und das durchrechnen. Am besten vor der Unterschrift unter den Kreditvertrag. Umso wichtiger ist es dann aber auch, eine möglichst hohe Sondertilgungsmöglichkeit zu vereinbaren. Und da muss man genau mal hingucken. Viele Standardverträge erlauben nur eine jährliche Extra-Rückzahlung in der Höhe von 5000 Euro. Und das ist nicht ideal, so knapp zu finanzieren und so knappe Beträge zu vereinbaren, weil, wenn beispielsweise eine Erbschaft ansteht oder eine andere größere Geldspritze, auch wegen Arbeitgeberwechsel beispielsweise, sollte eine viel höhere Sondertilgungsoption vereinbaren. Das geht meistens. Normalerweise sind die Banken da auch etwas flexibler als früher. Von mir kommt noch ein, naja, eher zwischenmenschlicher Tipp. Wenn ihr euch das Geld für den Hauskauf oder die Eigentumswohnung nicht bei der Bank leihen wollt, sondern bei Verwandten, das machen laut einer älteren Schufa-Umfrage immerhin jeder Zehnte, dann solltet ihr im besten Fall das frühzeitig regeln. Zwar ist es so, dass so ein Darlehen auch wie sozialer KIT wirken kann, weil es den Beteiligten das Gefühl vermittelt, helfen zu können, unterstützt zu werden. Aber natürlich, das wissen wir, kann bei Geld auch vieles schief gehen. Und deswegen ist unsere Empfehlung, immer die Bedingungen, was mit dem Geld wann, wie, wo zu passieren hat, vor der Vergabe des Darlehens besprechen und auch am besten schriftlich fixieren. Ja, auch wenn es Familie und Freunde betrifft, dann ist man auf der sicheren Seite. Und das gilt übrigens gerade auch für den Zeitpunkt und die Art der Rückzahlung oder bei etwaigen Schenkungen. Denn auch das sollte man nicht vergessen, Großzügigkeit muss ja leider nicht immer von Dauer sein. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar gute Punkte in Sachen Kredit und Verschuldung mitnehmen. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge von Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Und wenn ihr richtig früh dran sein wollt, dann schaut mal bei Weltplus oder bei Apple Podcasts vorbei. Da erscheinen wir sogar schon immer zwei Wochen früher. Und Feedback und Fragen und Themenideen und alle möglichen anderen Vorschläge könnt ihr uns immer gerne schreiben an die Mailadresse 2zkb.welt.de. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Abos und Bewertungen, positive Bewertungen ganz besonders, auf den Podcast-Plattformen. Bis nächste Woche dann. Macht's gut. Tschüss.